ARD Text im Auftrag von Funk Lassen die mich dann hier raus? Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns bei Kinderchirurgie. Und wenn Sie mich die Welt abholen, kannst du irgendwas für mich tun, Frau Dr. Wolf? Ich kann nicht nach Thorgau zurück. Ich halte es dann nicht aus. Können Sie was für Stella machen? Kofi ist eine Vernichtungsanstalt. Sie haben aber eine schöne Freundin. Was hat die Frau? Friedle hat Krebs und wird sterben. Und der Offizier? Ihr Ehemann. Machen Sie das öfter? Das sterbenerleichter. Arschlöchern helfen. Da steht ein altes Holzkreuz. Und dort beginnt ein Hohelweg. Und unten ist das Meer. Das ist der schönste Ort, den ich kenne. Die kommt nicht, Marina. Hat der sie festgenommen? Das ist der schönste Ort.